Bei der A-Deklination gibt es zwei große Fehlerfallen. Und diese zwei großen Fehlerfallen sind gleichzeitig zwei super Chancen, sich die A-Deklination noch besser und noch schneller zu merken. Was diese zwei Fehlerfallen sind und wie man sich das am besten merkt, erfährst du nach dem Intro. Gehen wir zunächst die einzelnen Formen durch. Im Nominativ Singular in der Grundform haben wir Puella, das Mädchen. Der Genitiv beantwortet die Frage, wessen Puellae des Mädchens. Im Dativ haben wir auch Puellae, dem Mädchen. Und im Akkusativ haben wir Puellae, wen oder was, das Mädchen. Im Applativ haben wir hier auch Puellae, wie im Nominativ. Cum Puellae wäre mit dem Mädchen. Im Plural haben wir Puellae, die Mädchen. Die A-Deklination ist den meisten Schülern gut bekannt und ist normalerweise auch die erste Deklination. Und doch haben auch erfahrene und gute Schüler mit zwei Endungen Schwierigkeiten. Die erste Endung und die erste Form ist der Applativ Singular, hier Puella. Für dich bedeutet das, bitte habe bei der Endung A auch den Applativ auf dem Schirm. Die große Fehlergefahr ist folgende. Ein Schüler sieht im Text bei Puella die Endung A. Und der ganz normale Reflex. Der erste Gedanke bei Puella ist, dass es Nominativ Singular ist. Und dann fixieren sich Schüler nur auf diese eine Möglichkeit und diese Möglichkeit mit dem Applativ bleibt ausgeblendet. Habe also bei der Endung A diese zwei Möglichkeiten auf dem Schirm und schau dann, was eher passt. Schau, ob ein Nominativ Sinn macht oder ob an der Stelle ein Applativ Sinn macht. Das zweite größere Problem ist die Endung A-E. Und wie du hier schon siehst, kommt die Endung A-E dreimal vor. Im Genitiv, im Dativ und im Nominativ Singular. Verbinde am besten diese Möglichkeiten und diese Endungen. Wir ziehen hier so einen Verbindungspfeil hin. Wenn du in einem Text A-E siehst, habe einfach diese drei Möglichkeiten gleichzeitig auf dem Schirm und schau, welche Möglichkeit passt. Am Anfang habe ich gesagt, dass diese zwei großen Fehlerfallen auch zwei super Chancen sind. Wenn du nämlich diese Endungen verbindest, kannst du dir diese Deklination auch leichter merken. Eine weitere Merkhilfe ist im Akkusativ das M. M ist ein ganz typischer Buchstabe für den Akkusativ im Singular. Genauso ist der Buchstabe S eine ganz typische Akkusativ-Plural-Endung. Und auch Dativ und Applativ-Plural musst du nur einmal lernen, weil Dativ und Applativ-Plural sind immer gleich bei jeder Deklination ohne Ausnahme. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare und schau dir auch gerne die anderen Videos zu den Deklinationen an. Bis dann wieder!